um und wo bist du damit verloren ich komme und ich sah und siehe ein fahles pferd und die hölle zog mit ihm ein herr ok der vater hier drogen und so ne genau wir stehen doch gerade unter ja das ist ein junger holland-valley das holland machen und es geht wieder weiter so habe ich so bleiben sie nach rechts nach rechts unser begleiter schießt das flugzeug auch es sind sogar zwei flugzeuge das hier ist ein versteck oder wie hey warte mal warte mal ja ja die müssen wir sichern der baum hat ihn gestoppt und nein weg 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 man da muss echt nur den fahrer treffen ich habe leider ein bisschen den tank beschädigt ja müssen wir gucken Mist du musst echt aufpassen hier ist ein feuerball jungen ja schlecht ah chris 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 Aber ist das ne Leiche? Ich hab Angst im Dunkeln Ich hab irgendwie das Gefühl das sind Leichen Lass mich mal durch Fettes Schwein Ich hab das Gefühl das sind echte Menschen Ich hab Angst Das hat aber echt cool gemacht Diese Größe hätte ich mir gar nicht zugetraut dem Raum Das stimmt Ey gleich ist ja echt so typisch das denn Ja auf jeden Fall Oh ich hab was geschmissen Weg 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 Ah ne der war ein Stein sorry Ich dachte ich hätte eine Granate geschmissen Lass mich nicht dann zurück Oh ok Ja fahr mal zu dem Ziel Lass mal jemanden Warte Takt Lasser Nicht 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 schießen Ich schieße nur auf den Fahrer Was fahr langsamer? Nein der brennt schon Ich deswegen meinst nicht schießen Junge Doch du hast der brennt Ernsthaft? Ja Doch ich hab doch Flammen da vorne gesehen Ja das ist aber wegen dem Flugzeug Ich hab nicht mal hingeballert Du bist Ein Trottel Was? Das Flugzeug rum hat geschossen Du bist ein Hast du das nicht gehört? Du hast da drauf geballert Nein Du Trottel Ich hab mich umgedreht Bin da vorne Du Holzkopf Lüge, Alter! Hast du Beweise dafür? Ja! Nein, hast du nicht? Ich hab das auf Aufnahme. Warte! Das ist ein Bär, ne? Ja, wie kriegen ich mich mal ein bisschen... Takedown? Schon nie gemacht. Achso, okay, cool. Du hast keinen Snipe-Banner, oder? Doch. Knall den oben mal ab. Hast du einen Schalter im Fall, Alter? Das war mein Bogen. Niemals. Doch. Lass mich jetzt auch malen. Ey, du Wixer! Du hast auch nicht meine Kills. Oh, rechts ist das. Ah, die fallen vorbei. Halt, vor allem den einen hab ich so richtig... einen sicken Headshot gegeben, ey. Wenn ihr seid, es trinklbar ein und es trinkln. Nicht und nicht und grüchen, die in unseren Köppen schreien. Und hier kommt um ihr Ode, und hier kommt um ihr Ode, Verstand. Okay, easy. Alle umgebracht. Okay. Aber ich so einen tollen Bogen ist verdammt gut nun. Ja, ja. Nee, das kann ich nicht, ja. Ui! Was hab ich gerückt? Hä? Ich hab was gerückt. Ach so. Ich verlasse. Jetzt hab ich noch Raketen mehr verautomatisch. Der größte Stuntman der USA. Einen Junggesellenabschied für seinen Freund George Rye. Joseph, okay. Doch statt einem Wochenende dauerte dieser ganze drei Wochen. Während der Feierlichkeiten... Okay, ich nehm mal fahren. Hä? Ich hab was... Nein! Ich mein, cool, aber... Ich hab jetzt... Oh, fuck, jetzt hab ich schon Raketen mehr. Oder? Ich glaub, wir sind jetzt eh im Flugzeug. Ich kann nicht fliegen. Bist du hinter mir? Ja. Luft-Einreiter, Sichtkontakt verloren! Achso, okay, nur fliegen. Das geht ja doch. Fliegst du? Ja, ja. Ach, wir beide fliegen? Beide fliegen. Wir warten jede Menge Bäume. Der größte Fehler wäre tödlich. Nein, nein, das ist nicht gut, was ich mache. Das ist nicht gut. Alter, ich hab grad voll den Fehler gemacht, ey. Du auch? Hä? Ne, ich musste dagegen fahren. Nein, wir können schießen. Ah. Eher auf. Ey, Umut, komm mal näher ran. Ich komme, ich komme näher, ich komme näher. Frag mal langsam, nein, ich bin tot. Fuck. Ah. Warte, warte, ich hab... Das fuckt mich grad ab mit der Steuerung. Ich will die Ender an. Kampf gegen Fliegen. Ich hasse das Fliegen hier. Ist doch voll... Warte, warte, warte. Ich steck meinen Controller ein. Ich geh das damit besser. Muss nicht bei 1, weil es ist über... Ich muss über eine Leertaste und äh... Das klärt sich doch von selbst. Ja, weil es hoch runter. Das ist ja genau falsch rum, weißt du? Das ist umgekehrt der Ender. Das mag ich überhaupt nicht. Das verwirrt mich nur. Der kleinste Fehler wäre tödlich. Was ist das jetzt denn? Ich hatte gerade... Ich auch nicht. Okay. Okay, ist das besser? Nein! Siehst du... Nein! Bin ich durchgeflogen. Hast du den nicht erwischt? Der verschwindet dann. Wenn du nicht durchfliecht, der verschwindet dann. Achso. Also ich bin nur... Ficken! Ich bin nicht nur Beifahrer. Was kack ist das? Wieso bin ich nur Beifahrer? Ich kann gar nicht hinsehen. Ich kann gar nicht hinsehen. Mir doch egal. 5 Sekunden... Yo! Ja! Das sei auf ein wunderschöner Abschluss! Zum Glück! Ich helfe! Beste! Beste! Ja! Super! Was ist das für ein Scheiß angenommen? Ballern und beten! Ich kann ganz schön gucken! Oh! Siehst du? Neun Sternenplaner vorigeschalten! Und 57 Dollar! Wir machen alles für Geld! Ja! Noten! Dann direkt die Geschütze ausfalten! Yo! Ein Geschütze ist down! Zwei Geschütze sind down! Verreiter! Wer ist wieder? F-f-f-f-f! Ja! Äh! Man hat was! Stopp! 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 Nein! Nicht so! Du bist tot! Ja! Lick hier unten am Rand! Du kannst mich holen! Ich hab dich reingekriegt! Ja! Danke, Junge! Danke, Minjong! Komm, du hast Fahrzeug! Ist eine zu Fuß, ne? Ja! Scheiße! Ne, die kriegen wir! Die kriegen wir! Bestimmt! Ist die drin? Wo, 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 wo! Also, läuft's! Ne, er hat mich erwischt! Das ist gut! Zu mich wohl! Na, ist der für die Geschütze! Nicht sterben! Nicht sterben! Gettet ihr nicht sterben! Das ist ja nicht sterben! Gettet ihr nicht sterben! Gettet ihr nicht sterben? Oh ja, komm! Du hast das gut versucht! Die Lage zerstört, ne? Ne, 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 ne mit, ne mit, äh, einer, äh, da. Okay, komm her. Mal los. Hast du noch markiert? Ja, ja, die gibt's noch. Wir haben zwar die Hälfte zerstört, aber... Ich hab kaum noch Muni mit meiner Waffe, ey. Genau so macht man das. Okay, deine Letzte. Jaaa. Nur ein Stern, was? Ohohoho. Hä, wieso fliegen die direkt weg? Warte, warte, warte. Stunnt. 1500 Dollar gekriegt. Okay, scheiße. Darum ist was, ne? Monster, du. Fast den Scheiß. Ich versuche mal in diese Richtung, da soll auch irgendwie wieder so ein Versteck sein mit Müll. Also Mülltaucher, dann finden wir da toll, toll Geld und so. Ja. Toll viel Geld. Geld. Das ist immer gut. Denn wir sind Noten. Schalalala. Ist irgendwas, ist ein Gangfight, komm her. Ja, bleib da. Nee, egal was du machst. Ich hole mir das Geld. Schau mir die Nutten hier. Man braucht deine Nut, um eine Nut zu töten. Äh, was mir gerade einfällt, wir dürfen uns nicht zu weit entfernen, ne? Umut, komm zurück. Umut, komm zurück. Umut. Ja, warte, 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 warte. Ich krieg schaden? Ja, weil wir zu weit entfernt sind. Ich will den Menschen helfen. Okay, das reicht. Du hast hier gerettet. Nee, nee. Doch, wir haben gerade Punkte bekommen. Los, komm. Nee, nee, das ist nur einer. Jo, jetzt ist der tot. Warte kurz. Warte, das ist ein Missgeburt, die mich getötet hat. Oh mein Gott. Du bist so cool. Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Ich dance im mit der Gänse. Dab, 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 dab. Ähm. Lass mich! Oh mein Gott! Oh Gott!